Ich muss die Push-Trap nicht upgraden, ich nutze die eh nicht. Fertig zu. Let's continue. So, Workshop. Guardian, Traps, New Item. Warte mal, kann ich Maximilian upgraden? Ne. Achso, das sind die ganzen Upgrades, die man haben kann. Ah! Die haben halt voll Bock auf so'n Skin, Alter. Scheiß auf die, die auch erstmal paar Champions kriegen, ich hab Bock auf'n Skin. Ja, Mann. Gibt's eigentlich Maximilian Skin? Bekaufen? Ja, klar. Es gibt für alle einen Skin, glaube ich. Ja, aber ich sehe keinen. Store... Skins... Orcs have first eye blind adventure... Heroes. Armor... Promising for the... Lizard Queen... Wachi... Potion of Luck. Hidden Tide, Jurassic Journey, Gold Rush, Firestarter, Grizzly Kill... Nein, da brauchst du sowieso auch Gold dafür, ist ja mal Bullshit. Ja, für die Skins ist schon. Ist ja klar. Irgendwie. Äh... Profile. Kann ich nicht sehen, welche Heroes ich hab? Ja, auf Workshop. Der Workshop ist sowas wie dein Inventar. Workshop. Workshop. So, wenn ich jetzt auf Maximilian gehe... Skins. Ja, es gibt verschiedene Skins. Warte, Workshop, Heroes, Maximilian... Ach, da ist ein Skin! Gibt's voll viele. Hä? 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 Wie heißt der Skin? Wie heißt der Skin? Wie heißt der Skin? Cardboard Samurai, okay, alles klar. Der ist nett. Scared Crow könntest du nehmen, oder Robin Hood. Was gibt's denn für meine Tante da? Ah, okay, man kann manche Skins sogar durch Chests bekommen. Na, was mach ich denn hier für'n Blödsinn? Gabriella. Okay, der gefällt mir. Der gefällt mir auch. Epic-Skin. Aber man kann die irgendwie nicht kaufen, so normal. Doch da, den kann ich kaufen. Kann mir ein Skin kaufen. Oh, ich kann so als Ärztin rumlaufen. Ah! Na, ne Zauberassistentin, jawoll. Ja, welche Katze denn kaufen? Ja, das steht dann unten rechts bei und so. Ach egal, wir spielen weiter, komm. Nächstes Level. Ich fuck das ab, dass bei mir kein Lootout ist, ne? So'n bisschen. Und wie was ist? Dass bei mir kein Lootout ist zum Basteln. Ich weiß auch nicht, wer das kommt. Ne, egal, Start. Warte. Ja, ja, mach ich. Mach ich. So, ich benutze wieder meine... Ich kann ja niemand anderen benutzen, sonst. Ach so. Ey, du willst doch die ganze Zeit Maximilian spielen, oder nicht? Ja, klar, klar. Gerne. Maximilian ist cool. Außerdem, hallo, er heißt Maximilian, Mann. Ja, stimmt genug. Der arme Junge. Ey. Das ist gemein. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ach. Ich rede von gar nichts. Alles gut. Ähm. So. Din, 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 din. Das Spiel war schon mal eine gute Entscheidung. Es bockt mega hart gerade. Ja, ja. Von der Hauptsache Maximilian und Gabriella, oder wie sei es, die sind erst mal so mittendrin im Thumbnail. Ey. Thumbnail ist ja schon hier im Bild halt. Thumbnail bestimmt auch. Bei dem Ladebild schon. So. Ach. Äh. Die App. Ja. Die kommen als erstes durch die linke, oder durch die rechte Tür? Durch die rechte, da wo du das Ausdruck zeichnet hast. Die kommen halt aber später auch hier her. Ey, warte, dann machen wir das einfach so, dass wir hier den Weg zubauen. Und hier den Weg zubauen, so müssen sie in die Mitte. Das heißt, du brauchst einmal die Quartiere hier auf. Ne, warte mal, warte mal, warte mal. Hier lässt... Ne. Warte mal. Ne, ne. Hier zubauen. Und hier zubauen. Dann müssen sie da lang, zu der anderen Wave, weißt du? Warte, 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 lass uns kurz überlegen. Wär jetzt so meine Idee. Okay. Am besten wär halt, wenn die quer hier durch, durch den Guardian Spot durchgehen. Stimmt, ja, ja, klar. Das heißt, dass das hier aufbleibt hier vorne und da hinten mach ich zu. Weil da hinten muss ja auch alles zu eigentlich erstmal. Ja, dann bauen wir erstmal... Hier zu, oder? Ich würd erstmal hier zubauen. Nein, 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 guck mal, wenn wir hier zubauen, reicht das doch. Guck mal, hier. Hier, einfach nur hier vorne zubauen. Erstmal. Ich lasse das hier. Ich werde das nie erkennen. Ich werde das nie erkennen. Hier auch. Ja? Äh... Die müssen theoretisch denn hier lang, weißt du? Das sind... Wollen wir das denn? Wollen wir das hier lang laufen? Hier ist doch eine riesige Halle halt. Das ist, glaub ich, besser. Weil das ist vor allem für meine Fähigkeit, dass ich alle Fallen aktiviere auf ein Stück. Ja, warte mal. Dann baue ich hier zu. Hier erstmal zubauen. So. Und jetzt laufen sie eh alle nach da hinten. Die laufen jetzt alle safe... Vor allem aus alle safe durch den Guardian Spot halt. Ja, und mehr müssen wir nicht bauen. Na klar. Gut. Ähm... Das war's schon. Guardian... Dann hau ich schonmal... Fallen hin, ne? Ich hab schonmal Guardian hingepackt. Und hier durch kommen sie. Und klatschig hier in der Falle. Ja, die kommen ja jetzt erstmal von hier, genau. Ja, mehr Fallen kann ich nicht bauen. Ja, ja, kurz zu starten. Wir haben... Ich... Guardian hab ich geplacet. Alles klar. Gut. Das Gute ist, wir können halt von hier feiern, ne? Von hier ballern, ohne dass wir Schaden kriegen. Five, six ways. Ja, okay. Und diesmal... Okay. Ja, es tut easy. Okay. Vielleicht doch nicht so easy. Vielleicht doch nicht so easy. Ich bin in der Guardian. Jetzt gönnt sich den Guardian, ey. Get back! Okay. Das darf ich auch erstmal durch. Hab ich ja... Na, okay. Wir haben keine übersehen. Alles klar. Ähm... Ich würd sagen, wir müssen doch noch eins zubauen. Und zwar hier. Welches denn? Hier den Einweg. Wieso? Graf. Weil das dann übersichtlicher ist. Okay. Ich würd erstmal sagen, hier beim Guardian auf jeden Fall die Feuerkraft unterstützt. Ähm... Ich hab hier noch mal Wände gebaut. Ich hab hier noch mal Wände gebaut. Ähm... Okay. Dann kann nix weiter... Und ich kann auch nix mal weiter bauen. Doch, ich kann auch Stunts. Das werde ich mal hier unter dem Guardian platzieren. Na, das war's dann auch. Na, ich bin bei dem. Okay. Ja, ich auch. Ja, wir müssen zusehen, dass wir beim Guardian nennen. Oh lulli, kommt das andere. Hab ich jetzt auch grad gesehen. Ha! Ja, aber wir werden ja trotzdem beim Guardian... Ich hab alles beim Guardian geplaced, halt. Ja, ich mach die rechte Tür, die linke, ne? Okay, dann machst du die linke. Ja, ne. Ich hab nur die kleine Trelle reingeballert. Okay, ich mach halt momentan noch null Damage. Die laufen halt alle nach hinten erstmal, ne? Ja. Und der hier vorne durch und geht in den Guardian aus dem Weg. Ne, der Guardian ballert von da hinten, also von da wo er jetzt steht, aber wahrscheinlich auch rauf. Ja. Ja. Ja, er wirft auch. Ja. Ja. Ja, er wirft auch. Und gestand. Keinen durchkommen lassen, da kommt einer noch. Ja, hab ich gesehen. Ist down. Ich würd sagen, wir machen das ja auch zu. Das hier? Ja, dann mach mal zu. Ja. Ja. Ich hab kein Money. Wie? Mehr Geld mehr. Hast du für zwei Stück Geld? Ja. Mehr aber auch nicht. Ja, die kommen jetzt, alle kommen jetzt safe beim Guardian durch. Ja, gut. Alles klar. Ist okay. Warte, ich platziere hier hinten nochmal ein Guardian. Glaube ich. Ey, Nitschke, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Durch den anderen Guardian Spot durchlaufen. Ja, wir müssen die, wir müssen hier dann zubauen. Damit die hier durch den Guardian Spot durchlaufen. Durch den nächsten. Ja, gut, okay. Warte, ich plant schon mal. Warte, ich plant schon mal. Warte, wir haben ja... Du brauchst noch keinen. Aber warum nicht? Können wir auch schon planten. Jo, dann kann ich da hinten auch schon mal hinplanen. Ja, mach. Wo kommen sie jetzt erstmal durch? Äh, also von welcher Welt kommen sie? Links und rechts. Okay. Äh, ich bleib bei rechts, ne? Ressort und kann nicht wie bei... Da, da, da. Ja, ich musste mal kurz hier ein bisschen weg. Wegen Leveln halt. Wir haben halt relativ wenig... Äh... Fallen und so stehen, ne? Jo, die laufen halt einfach alle... Fallen auf die Seite, lass mal. Ja, zu dem Guardian gönnt sich halt, ne? Durch dein Guardian müsstest du gleich eigentlich so viel Geld bekommen, Alter. Das Beine ist... Oh, hier ist ein Fetti! Zwei Fettis! Oh Gott, hier kommen welche durch. Oh, das war gut für mich. Ja. Ja, der Guardian ist mal down. Ich kann da gleich einen neuen hin platzieren. Ja, wir müssen ja fallen... Wir müssen ja richtig viele Fallen jetzt erstmal reinklatschen, Alter. Weil wir so auf die Fressen sind. Ja, wir haben ja ganz viele Stachelfallen. Wir brauchen ganz viele Stachelfallen. Kannst du hier einen hinplacen? Ja, hab ich. Okay, so, jetzt erstmal Stachelfallen hier ohne Ende hinpacken. Jo. Das war's. Okay, ich hab keinen Platz mehr für Stachelfallen. Aber ich kann hier nochmal einen Barrel hinstellen. Den wir dann zur Not anschießen können, falls es zu viel wird. Ja, das war für... Ja, naja, okay. Aber ohne willst du hier links. Wir laufen erstmal eiskalt ALLE frei. Wir laufen ALLE frei. Wir laufen ALLE frei. So, ich mach erstmal wieder rechte Seite, du links, ne? Ja, ja. Ja, hier die Stacheln sind halt echt... Ah, okay. Das ist super platziert eigentlich. Hast du das grad angeballert? Okay. Ja, ich... Oh, wo das war? ALLE zu, ALLE... Heilige Scheiße! So, ohne Witz. So'n Kopf-Breaker. Okay, warte, ich platziere hier nochmal... Das ist einfach so OP, was ich mit der Champion hier... Was meinen Dings? Nee, meiner. So. Ohne Witz, wenn die hier alle um die Ecke kommen, ne? Und hier ist ein riesen Massen. Ich stell mich einfach hier hin. Mach einmal meinen Stunt mit Stiefen. Ich gehe alle aus dem Fall. Ich schnall meine... meine Anwaltungsfähigkeit hin. Alle aus dem Fall aktiviere ich mich gleichzeitig. Ja, okay. Das ist halt echt OP. Guck dir mich an! Ah, die kommen gar nicht mehr weiter, Alter. Ja, ich weiß. Weiter als hier kommen sie nicht mehr. Fuck. BAM! Keine. Mein Guardian! Save mein Guardian! Haben wir? Haben wir. Warte, warte. Ne, da ist noch einer. Einer ist da noch. Ah, easy. So, ähm... Hier haben wir eigentlich erstmal genug Ballen, ne? Ja, ich werde mal ein paar Stunting eingefallen. Ich werde es hier einfach hier lassen. Jo. Ich habe hier erstmal zwei Barriers hingebaut. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Ja, ich bin fertig. Warte mal. Ja, der Guardian hat keine Hilfe. Hast du noch Geld für eine Barrier? Ne, ne. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe 4, 3, 3, 4. Warte, dann mache ich eine Balle hier weg. Und... So. Jetzt laufen sie nämlich zu meinem Guardian, weißt du? Falls ihr doch mal welche durchkommen sollten. Dass wir dann keine Angst haben müssen, dass wir den nicht mehr kriegen oder so. Entschuldigung. Ja, nee. Ich hab das. Ja, nee. Wenn sie dann noch nicht in, 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 in. Alter, wenn ich meine Q aktiviert hab, ne? Ich schieß was links zu der Welle, der kommt gleich. Was? Oh, leu. Der Dicke will einfach durch. Ja, krieg ich. Keine Angst. Yeah. Frech. Nice. Dass der das einfach so denkt. 4 Sterne. Ja, weil wir keinen durchgelassen haben. Aber am Anfang haben wir halt mega verkackt. Weil wir halt... Nur Barriers gebrochen haben. Ja. Das war, glaub ich, so ein bisschen... Victory. Unicard. Und Kiste. Noch ne Kiste. Welche Kisten hast du denn? Ich krieg immer... Ich hab pro Spiel immer zwei Kisten mindestens gekriegt. Achso, ja. Weil du dreimal neue Kiste bekommen hast. Was du gesagt hast. Äh, geil. Flore Spikes. Arrow Wall. Und noch mehr Flore Spikes. Cool. Push Trap. Skulls. Und... Barrikade. Oh, geil. Meine Barrikade. Kann ich fast verbessern. Was ist das denn? Brother Maulet by Grizzly. Brother Maulet by Grizzly. Trade Bonus. 12 damage. 2 Grizzly Minions. Slut Matching Bonus. Plus 10 cooldown, oder? Achso, du hast einen Trade bekommen? So eine komische Karte. Ja, ich glaub die kannst du... Ja, die geben dir irgendeinen Boni für... Dings. Trade Bonus. Ja, musst du halt in deinem Lord Out, ne? Ja. Da ist ja was, ne? Ja, ist halt... Naja. Vielleicht die Start des Flammermann, oder? Jetzt? Und denn... Ne, jetzt ist es... Ey, was sind denn Parts? Dich jetzt erst. Push Trap. Für Skull. Increase Traps Damage To Burning Enemies. Ach lol, die geben dir Boni für deine Traps. Oh cool. Ich hab jetzt so ne Karte. Kann ich die immer drin haben? Ne, das ist ja mit dem Loot halt. Warte, ich starte mal kurz das Spiel einfach neu. Ja mach mal. Kann ja sein, dass du Loot Out hast und ich nicht, ey. Das find ich echt falsch.